You were kicked off the game. Hallo Leute, willkommen zu Let's Fail DayZat! In dieser Folge zeigen wir euch, wie krass man bei DayZat tanzen kann. Alter, ja, ich wurde off the game gekickt. Ich würde sagen, wir suchen uns einen anderen Server. Aber ich sehe gerade einen... Hallo, ich nehme gerade auf, ja. Ich will das hier jetzt dokumentieren, ja. Boah, ich kann nicht auf Continue gehen. Ja, in dieser Folge sieht man, wie geil DayZat's eigentlich hat, ja. Richtig geil. Alter, ich habe hier gerade so einen geilen Screenshot. Das sieht so aus, als wenn... Alter, das zappelt bei mir alles richtig rum.